Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben gestern in der Folge, am Ende der Folge hier auf diesem Parkplatz angehalten. Wir sehen mal zu, dass wir jetzt vorwärts kommen. Wenn ich so auf das Bettchen da oben schaue, muss ich sagen, wir müssten theoretisch blaven. Ich werde mal einmal ganz kurz Folgendes machen. Das war, glaube ich, F3, genau. Ich werde das mal einblenden. Wir haben noch 288 Kilometer vor uns. Das war das, was ich unten vermisst habe, was ich nicht mehr sehen konnte. Das Bett ist jetzt blau. Das könnten wir theoretisch schaffen. Von daher machen wir das einfach mal. Selbst im roten Bereich haben wir immer noch 100 Kilometer in dem Sinne offen, wo es ein bisschen brenzlig wird. Aber naja. Denn wenn wir jetzt schlafen, 9 Stunden, dann wird es schon wieder Booster und das wollen wir nicht haben. Von daher, lass uns loslegen. Ja, vielen Dank an Michael wieder für die Hinweise zum Mod und vor allen Dingen zu den Logs. Interessant, dass es zum neuesten Update gar keine Informationen gibt. Von daher gehe ich eben, was ich schon gesagt hatte, davon aus, dass es einfach nur wieder ein paar Verschönerungen, Verbesserungen, Bugfixes unter der Haube gewesen sind. Also nicht weiter erwähnenswert. Sehr gespannt bin ich natürlich auf die 1,41 Beta. Und vor allen Dingen, was es mit diesem Open World auf sich hat. Da bin ich bis jetzt noch nicht hintergekommen. Es gab ja dieses Open World Package bei Steam, wo man eben den ATS für einen kleinen Taler zum Beispiel kaufen konnte, wenn man den ATS nicht hatte und andersrum oder das komplette Bundle für einen Fünfer. Das war also nicht die Welt. Von daher bin ich sehr gespannt, was dieses Open World bringt. Heißt das, ich kann mit meinem Truck dann rüber nach Amiland und andersrum? Oder was ist da geplant? Wir wissen es noch nicht. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Sich über einen Standstreifen bügeln oder was? Hier könnte man raus, müssen wir aber nicht. Das ist nicht schön, was ihr hier macht. Vor allem, dass die rechte Spur kaum schneller fährt als die linke oder auch andersrum. Muss man nicht verstehen, warum die rechts so kriechen. Alter, die machen hier alle dicht, ey. Geh mal Gummi da vorne. Typisches Elefantenrennen, ey. Kommen kaum aneinander vorbei, aber es muss überholt werden. Für Kilometer geht das jetzt schon so, Freund, hä? Sieh zu, dass du nach rechts kommst. Hurtig. Ja, heute Aufzeichnungstag Mittwoch. Es soll heute richtig, richtig heiß werden. Bis zu 37 Grad. Na, Prost, Mahlzeit. Da kann man wieder lecker gut schlafen, ne? Fahr doch mal nach rechts, du Pfeife. Und ich ihn mal erst wecken muss. Aber ne coole Hupe hat er. Endlich mal ne Lkw-Hupe. Zwar nötig, aber was der gemacht hat, auch so. 174 Kilometer. Er hat jetzt einmal gegähnt. Ist alles noch okay. Ach, bist du ja nochmal da, ja? Wir werden jetzt erstmal nicht merklich abbremsen und sich auch hier an dem vorbeiziehen. Guck mal, wie schön das klappt. Wir sind nämlich so ein bisschen unter Zeitdruck. Leute, nun fahrt doch mal, Mensch. Immer dieses Geschleiche. So, in der Hoffnung, dass keiner kommt. Ich hab jetzt gerade keine Lust zum Gucken. Und das im realen Verkehr auch mal. Aber wir haben jetzt keine Lust zum Gucken. Ich fahr mal einfach. Aber da gibt es auch solche Kandidaten, die das machen. Definitiv. So, jetzt ist das Bettchen rot. Ungefähr 100 Kilometer haben wir im Petto, die wir machen können. Ich denke mal, wir sollten uns sputen. Und dann dürfte das auch noch glücken, was das Dösen und so weiter angeht. Und wir werden Bußgelder bekommen von wegen Lenkzeitüberschreitung. Also das ist so sicher wieder da mit der Kirche. Da gehe ich ganz stark von aus. Sie werden müde, ja. Aber für die letzten 130 Kilometer nun wirklich in dem Meer. Ich hoffe nur, dass wir nicht noch wieder irgendwo ausgebremst werden. Und tatsächlich noch schlafen müssen für die paar Meter. Das soll hier jetzt echt heile und sauber durchkommen. Oh. Oh. Stopp. Oh. Junge, da hat der ein Glück gehabt. Oh. Ich habe gedacht, ich nehme den jetzt mit, ey. Alter Schwede. Der hatte echt ein Megaglück. Wow. 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 Ja, aber auch solche Situationen gibt es im Realen, ne? Soll man nicht unterschätzen. Und man kann sehr schnell auch tödlich verunglücken. Ich weiß auch, dass das schon ewig her, das war eine Freundin oder Bekannte von meinem Bruder. Die war, muss ich lügen, entweder mit dem Mofa oder mit dem Moped unterwegs. Jedenfalls nicht allzu schnell. Wir haben uns ja damals an die Richtlinien gehalten. Die ist irgendwie weggerutscht und unter einer Leitplanke durchgeschlittert mit ihrem Moped. Und dabei wurde ihr Kopf abgerissen. So schnell kann es gehen und da hilft dir dann auch kein Helm. Und das ist dann echt übel. Scheiße. Wird echt gedacht, wir kommen da noch durch, ey. Fuck. Dann ist die Karre natürlich jetzt völlig kaputt, ne? Mist, verdammter. Ach, jetzt gehen sie schon wieder zu. Ja, ja. Der hatte Glück und wir hatten Pech. Hätte ja klappen können. Da müssten sie andere Collie-Blocks stricken. Dass man da wirklich so in diesem Mittenbereich tatsächlich noch durchkommt. Ich hoffe, wir schaffen die letzten 57 Kilometer noch. Das machen wir aber auch in dieser Folge zu Ende. Dafür werden wir jetzt nichts Neues mehr anfangen. Wir sind jetzt bei 11 Minuten Sendezeit. Ja, so dicht liegen Glück und Unglück beieinander, ne? Ja, schön. Fahr doch noch dichter auf, du Pfeife. Du siehst doch, dass wir uns hier verfahren haben und hier raus wollen. Mann, fahr zurück. Der fährt nicht. Mann, ey. Vollpfosten. Danke. Kostet alle Zeit. KI wird auch immer dreister. Früher haben sie ja mal zurückgesetzt. Oh, der möchte da raus, der hat sich verfahren. Aber heute, kein Gedanke mehr. Der träumst du von da, die zurückfahren. Genau solche Egoisten wie im realen Leben. So sieht's aus. Alles Egoisten. Ist aber teilweise wirklich so, wenn man sich im Straßenverkehr umschaut. Es wird ja auch immer so gesagt, oh, die bösen Radfahrer, Rollerfahrer. Ja, manche sind wirklich schlimm. Man kann aber auch vorausschauend fahren und behindert dann in dem Moment niemanden. Es ist einfach so. Oh, mich hat auch schon mal einer anguckt, dass ich, weil ich mit meinem E-Scooter auf der Straße gefahren bin. Aber wenn kein Radweg vorhanden ist oder kein Vernünftiger, wo du quasi Hämorrhiden kriegst, wenn du darüber fährst, da fahr ich dann auf der Straße. Sorry. Außerdem habe ich da ein Nummernschild dran und dann darf ich das. So, die letzten Meter. Man merkt jetzt tatsächlich, oh, Entschuldigung, das Fahrzeug ist beschädigt. Das ist richtig hier ein unruhiges Fahren, auch in der Lenkung und so weiter. Also es ist, man merkt es am Force-Feedback tatsächlich. Unglaublich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass von dem, was wir da hinten drin haben, noch irgendwas heil ist. Genau, brennen es mal. Wir sind auch gleich da. Ja, aber tatsächlich noch perfekt in der Zeit. Ich hätte gedacht, wir würden echt maßlos überziehen, aber... Ich würde mir auch gleich das Einparken sparen. Tatsächlich. Ich habe keinen Unfall verursacht. Was fahren... Mann, der macht die Scheiße da weg, dass ich weiß, wo ich hin muss. Mal ganz ehrlich, wenn die auf dem Innenring fahren und wollen nach außen, sind das selber schuld, wenn es nicht funktioniert. Dann sollen sie auch gleich nach außen rüberfahren. Und nicht einfach von innen rüberziehen nach... Ich verstehe sowieso diese doppelten Kreisel nicht. In Berlin gibt es die ja auch. Wenn du da in der Mitte drin bist, dann bist du ja doch verraten und verkauft, oder? Oh, leck mich doch an die Füße, Mann. Los jetzt! Fahr! Alter! Letzten zwei Meter wirst du ja wohl noch schaffen. Macht mich aggressiv, sowas, du. Ganz ehrlich. Ich werde mir auch hier das Einparken sparen. Die Scheiße hier abgeben und dann ist... Ah, ja, okay. Nun fahr doch, du Gurke! Also ich muss ganz ehrlich sagen... Duff, ja, auch mal wieder genau wie Iveco bei Scania abgekuppert. Und Kraft hat die Möhre überhaupt nicht. So. Wo ist denn hier eine... Garage überhaupt? Beziehungsweise eine Werkstatt? Haben wir keine, oder was? Hier irgendwo. Gucken, ob wir da gleich noch hinkommen. Das mache ich dann aber offline. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und genieße die Sonne draußen. Bis dahin. Ciao, ciao. Gü 말� щоília. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.